Ich habe ein Excel-Diplom. Wieso? Was machst du denn alles in Excel? Witzig. Die gesamte Produktionsplanung natürlich. Dort kann ich Reihenfolgen je Arbeitsplatzgruppe machen, was der MRP-Lauf im ERP-System nicht kann. Deswegen mache ich das alles selber. Das geht doch jetzt mit Cosmo Prozessfertigung. Es ist doch auch nur noch ein weiteres ERP-System. Was soll ich da denn mitmachen? Das hilft mir nicht. Doch. Du kannst die Reihenfolgeplanung, hier guck, nach bestimmten Planungskontärien durchführen. Du kannst zum Beispiel Farben von einer Reihenfolge von hell nach dunkel durchplanen und es werden auch die Reinigungsaufwände beim Wechsel wie Rüstzeiten ermittelt und dann als eigenständige Aufträge eingelastet. Okay, das ist super, aber was ist mit den Mitarbeitern? Kann ich die auch mit einplanen? Ja, sicher. Und das sogar nach Qualifikation. Das System erstellt automatisiert einen Vorschlag, welcher Mitarbeiter wo eingesetzt werden kann. Und du kannst dann auch händisch eingreifen und die dann noch hin und her schieben. Aber es ist schon meine Vorlage. Und das ist richtig super, was du mir da zeigst. Wieso sagt mir das keiner? Hab ich doch gesagt. Hä? Wann? Jetzt. Witzig! 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 Witzig!